Du willst international studieren? Viel lernen, aber auch viel erleben? Dann ist die Deutsch-Französische Hochschule genau das Richtige. Das Besondere? Du studierst in Deutschland und Frankreich und erhältst am Ende einen Doppelabschluss. Wähle einfach aus 180 Studiengängen in 100 Städten dein Lieblingsfach aus. Die Voraussetzungen? Du hast Abitur und gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch. Alle Lehrveranstaltungen in deinem Stundenplan bauen länderübergreifend aufeinander auf und werden überall anerkannt. Deshalb verlängert sich deine Regelstudienzeit auch nicht. Bevor es zum Studium an die Partnerhochschule geht, wird meist ein Sprachvorbereitungskurs angeboten. Gemeinsam mit deinen internationalen Kommilitonen vertiefst du nicht nur deine Fachkenntnisse, sondern perfektionierst auch deine Französischkenntnisse. Jeder DfH-Student erhält während des Auslandaufenthalts eine Mobilitätsbeihilfe von 300 Euro pro Monat. So kannst du unbeschwert studieren und das neue Land entdecken. Und am Ende des Studiums bekommst du dann nicht nur einen, sondern sogar zwei Abschlüsse. Was dir das bringt? Damit hast du hervorragende Chancen auf eine internationale Karriere. Neugierig? In unserem Studienführer online findest du alle Details zum Studienangebot. Du hast schon den passenden Studiengang gefunden? Dann bewirb dich jetzt bei der Hochschule deiner Wahl. Starte international durch mit einem Doppelabschluss der DfH. ! Ich helfe! Ich helfe! Vielen Dank.